hey leute und danke dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren folge let's play wo w mit unseren hordejäger tagari ja was soll ich sagen es geht weiter wir müssen ein paar kannibalen töten das werden wir noch schnell machen ich weiß es nicht wie das sound hier ist weil ich musste ja ein bisschen umstellen das habt ihr ja gehört aber aber eigentlich müsste das passen mit den sound in den kampf sound ich habe kein ziel ich brauche ein ziel du brauchst kein ziel okay so dann wollen wir mal weiter ich brauche noch drei bist du ein kannibale er abel bist du und wir können ja mal ganz kurz ein system sound ein bisschen weiter runter so dass ihr ein bisschen was hört das ist wer vom vorteil so jetzt brauchen wir noch zwei kann die wahl haben wir das ein sternen wo ist denn da ist er innerhalb kundig greifen noch mal an so dass er wird gar nicht fallen erzählt doch nicht so zack so und ich habe kein ziel okay er ist der sieht aber auch gewaltig aus und näher heran der sieht auch gewaltig aus da kommen wir machen wir euch mal schnell beide zusammen und dass wir mal bald würde sagen dass wir auch bei so weit sind so und jetzt sei doch besiegt dass wir uns bald mit world questen dann müssen wir das andere land noch ein bisschen anfangen dass wir bald uns mit world questen wie heißt es mit world quest noch equipen können dass wir auch mal doch mal irgendwann mit reden können hier brauchen wir noch mal ein screenshot von denen so machen wir noch mal ein foto und haben wir so können wir ihn angreifen sagt sagt und attacke können wir aus einschmeißen wo der spuckt und sondern sagt er unser tier ist tot wie schnell ist denn unser tier tot bitte ja gut ja doch jedem menge an lebende das ist aber auch okay okay ich glaube wir lassen das einfach mit dem ob da reicht unser equip noch nicht ganz so wo haben wir denn hier unser tod stellt sagt hat er greift gerade noch wer an mit ok alleine entfernt er hat auch gemerkt alleine wird das nix ist okay jetzt können wir uns hier nicht totstellen aber wir können doch bestimmt weg laufen so kann man die aufgaben auch schon abgeben wenn immer auf jeden fall noch mal ich muss näher heran nein wir wollen ja nicht mehr angreifen so das wollen wir mitnehmen den helfen wir mal kurz dann können wir das kraut noch mal mitnehmen was sind heute los so jetzt heilen wir uns mal auf mountain mountain noch mal schnell auf und zack in die richtung müssen wir unter lang drüber lang ich weiß es nicht wir laufen einfach mal drunter lang die schreiben auch nur blut 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 die kann die wahl eine man 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 so genau hier lang die reifung ist trotzdem noch mal an kommen ja zack so sind wir gleich da ich brauche ein ziel brauchst ein ziel ja kriegst du gleich ein ziel da kommen schon wieder welche nach kommen so zack so und einmal das und haben wir das auch schon etwas anvisieren sehr schön und weiter geht so hoch und tag so sehr schön guten tag oder werte dame ich habe sachen gesehen hast du mich gerade werte dame genannt was los mit dir nennen wir das mal mit ne na schön geht schon ich war sowieso fertig von dem bein können wir auch noch mal ein foto machen aber die sollen aufhören zu reden zack sehr schön haben wir noch mal ein schönes foto jetzt haben wir da oben noch eine aufgabe was müssen wir denn da oben noch machen ausfindig machen ach die schildkröte sollen wir ausfindig machen ne ich glaube hier vorne ist das schon wie könnte das passieren alle die geschichten sind immer verloren gegangen oh die ist tot wer konnte torga so etwas antun er wollte doch nur seine geschichten erzählen das kann ich euch sagen die blutrolle folgt mir die werden bezahlt da brauchen wir ein foto von auf jeden fall so viel zu tun macht's kurz beschwört und bittet ihn um hilfe mögen die loa über euch wachen möge brons haben die eure feinde holen jetzt beschwören wir ihn lasst mich raten da machen wir oh man ich brauche ein foto mit einem handel bringt mir die seele von einem anderen loa dann hol ich euch torgas geist wo wollt ihr denn so schnell hin spart euch die spielchen ihr wollt die seele von dem loa hirik wurde schon getötet holt euch doch seine seele es brennt ein feuer in euch talanti aber meine hilfe wird euch was kosten äh eher so geil der lord des todes einfach nur geil so rache für die gehalt nur ich habe sowieso zu tun was wollt ihr vom trug schau an die anderen trauen sich endlich auch aus ihren panzern wurde auch zeit ich dachte wir sind die einzigen denen torgas tot nicht egal ist kisha lasch wir kümmern uns jetzt um die störenfriede die torgas schaden bleibt hier und denkt euch einen plan mit uns aus die blutrolle schafft ihr nicht allein ihr habt hier gar nichts zu befehlen wir müssen diesen monstern eine lektion erteilen die machen kurzen prozess mit euch die sind von einer anderen sorte als die blutrolle denen wir auf unserer letzten pilgerschaft begegnet sind ach was wisst ihr denn schon dann bleibt doch hier wir gehen jetzt los ich kenne das hier wie meine westentasche macht was ihr wollt mir noch egal der führt sich auf als hätte er das hier gebaut es ist echt schon geil wie die reden so dann wollen wir noch mal ein paar mobs killen die fressen die schildkröte von innen auf diese säcke hier hätte ich homo auch gleich ran ich musste erst etwas anvisieren zack du bist als nächstes da oben dran so sagt das ist sehr schön ich habe kein ziel warum hast du kein ziel das ist nicht gut das ist ja alles voll und los geht dann wollen wir mal ja bisschen auf die tue gedrücken zack ich bin außer reichweite wir müssen sagt hier noch heilen ich muss zuerst etwas ansehen ich brauche ein ziel brauchst du ein ziel das kann alles voll zack du bist der nächste dich oben auch als nächstes dich da oben auch uh das war glaube ich ein bisschen zu viel aber gehen wir schon hin ich muss zuerst etwas anvisieren ich muss zuerst etwas anvisieren so zack das ist zu weit entfernt ich brauche ein ziel hin da hinten noch oder draußen levelt auch wer oder questet ich habe keine ziel ich habe keine ziel das passt das ist sehr schön was brauchen wir denn noch von euch brauchen wir noch drei stück da sind schon mal zwei die wir uns holen da oben ist der nächste da oben ist noch einer und dann haben wir die auch schon so zack und erst etwas anvisieren rein mit dir und mit dir auch noch ich brauche ein ziel so und äh ich habe kein ziel den wollte ich jetzt gar nicht mehr angreifen egal machen wir mit das geht ja auch schnell das ist ja kein problem für uns und dann müssen wir noch zu denen da hinten oder irgendwo müssen wir hin na komm jetzt zack ich brauche ein ziel so dann wollen wir mal durchlaufen ich glaube zu den kollegen müssen wir da hinten genau dem müssen oder wir laufen einfach mal das ist kein problem für uns den rotzen wir einfach mal schnell weg und das war es dann für den so und noch einmal na gut bisschen widerstandsfähig ist er ja zack und besiegt sehr schönes besiegt ich spreche für gar ich er befiehlt ihr dient oder star die hülle dieses ja okay was soll ich dazu sagen ja hat uns einfach mal durch die gegend geschmissen wo ist mein tier das wir mal rufen hier dann immer die kiste noch mal schnell mit und dann können wir die aufgaben schon abgeben ich muss näher heran und noch mal schnell auf dann gehen wir mal schnell die aufgaben ab und dann sind wir schon mit der folge durch das ging heute wieder ruckzuck muss ich sagen so gucken wir mal sandala für immer 32 wollten wir das mit nächsten mal mehr unterhalten das können wir noch machen torga euer geist wird verlangt streckt mal euren kopf raus prinzessin talanji die blutrolle ermächtigen dschunggo mit meinen überresten vernichtet die lager bei meiner leiche ich tue was immer ich tun muss damit mein volk sicher ist auf dass die schädel eurer feinde ok also ihr wisst es ihr habt gehört was wir als nächstes machen müssen wir müssen die wir müssen die lager der blutrolle schwächen auf jeden fall das ist kein problem für uns das machen wir in der nächsten folge ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin auf wiedersehen und tschüss danke fürs zuschauen und lasst einen kommentar aber und feedback da ihr wisst es